ein schnuriges willkommen bei panty spielt half life 1 wir sind mittlerweile im reaktor kerne das lambda komplexes sollen den reaktor fahren beziehungsweise das haben wir gemacht dadurch dass wir die kühlflüssigkeit reingelassen haben interessanterweise einfach nur ganz normales wasser soweit ich weiß ist es normalerweise ein total komplexer vorgang aber gut egal vielleicht ist das ja gar kein kernreaktor sondern ein anderer und jetzt sollen wir nach oben in die teleporter labore so wie man hier sieht ist das ganze alles etwas sehr komischer bau keine sichere arbeitsumgebung auf jeden fall hier schießt überall der strom entlang und man muss quasi ein kleines timing spielchen machen indem man jetzt das euch geschafft schnell vor diesen strahlen weg rennt so das waren die beiden strahlen so und da haben wir das geschafft jetzt warten wir ob es die tür zugeht bitteschön jetzt sind wir hier oben angekommen so hier ist ein kleiner lagerraum da kommen wir auch rein und können uns tatsächlich ein paar dinge abholen bitteschön müssen wir eben ein kleines bisschen platz machen für die maus hier liegt noch was ich habe hier eine paper rollenspielrunde vorbereitet und da liegt noch ein bisschen papier direkt rechts neben der maus und das ist beim spielen ungünstig wenn ich die maus nicht ganz schnell nach rechts bringen kann so dann mal ab die leiter nach oben und bevor ich springe speichere ich denn ich traue mir selber nicht es hat geklappt wieder ein lagerraum etwas heilung mal hier unten noch was versteckt ist nein und da oben kommen natürlich nicht hin auch nicht von hier stimmt doch nicht von der kiste doch ich komme auf jeden fall hier auf dieses rohr aber das war es dann auch schon weiter komme ich nicht okay mehr probiere ich jetzt da auch nicht aus das wird wenn dann ein bonus sein ich weiß ja dass es hier weitergeht hallo freund ich speichere mal und bevor ich hier ich gehe ich gehe mal davon aus dass ich ihn nicht brauche wenn ich ihn brauche werde ich sofort verliert das spiel verlieren wenn er stirbt das weiß ich gar nicht mehr auswendig tatsächlich dass man hier da sehen wir unseren freund den g man dieses ding reingehen nicht gut der verheißt typischerweise nichts gutes eben hat er tatsächlich die ersten klicks nicht angenommen und ich habe mich selbst in die luft gejagt das spiel ist komisch und ich bin komisch komisch einmal nachladen ja das ist schön da hinten ist gerade noch einer gespawnt ich weiß nicht ob ihr das gehört hattet aber macht sich bestimmt gut in meiner trofäen sammlung so dann speichern wir noch mal eben kein zugriff was haben wir hier ok da komme ich nicht rein hier kann ich rein und das teleporte ich einfach nur zu dem anderen ding dieser raum ist dafür dass man erklärt bekommt die grünen kugeln sind teleport ausgänge und diese gelben kugeln sind teleport eingänge also gelb außen ich dachte der sagt haha hatschi ja wie ich mir gedacht habe der hat mir eben den weg gestanden als ich nach rechts ausweichen wollte wieder eingang ein weg der mit versperrt bleibt kern ebene b gucken wir erstmal hier unten rein lambda reactor core level c nein dann gucken wir mal hier kern level b da geht die tür auf und ich habe hier einen eingang und einen ausgang das war der ausgang ah ja ok hier geht es nach oben das ist der weg den wir gehen müssen also gucken wir zunächst mal den weg den wir nicht gehen müssen ich gehe jetzt davon auswahl der daten werden geladen kam dass ich hier lang muss nein ich sehe hier nur einen anderen teil des kerns das ist die zweite hälfte das rätsel das eigentlich ihr geschicklichkeits spielt denn was wir tun müssen wir sehen hier den ausgang hier den eingang die sind miteinander verbunden der ausgang ist wenn wir irgendwas falsch machen und wir müssen jetzt hier also rein wenn das wenn dieser ausgang eine plattform unter sich hat zum beispiel jetzt jetzt sehen wir einen port 1 2 und 3 hinter denen jeweils ein teleport eingang ist wenn wir den falschen wählen dann landen wir am ende irgendeinem raum und landen am ende wieder hier und das bedeutet ich speichere jetzt erstmal und wir probieren die drei eingänge einfach mal aus bis wir den richtigen gefunden haben wie eins eindeutig verkehrt aha hier sehen wir das ist der das ist der g-man ist wenn man von der seite rein guckt der steht jetzt noch da tatsächlich und wir fallen hier runter das ist auch absicht wir wollen zu ihm hin und schaffen das nicht denn der g-man wird für uns immer unerreichbar sein ich weiß dass ich gar nicht für was g-man entstehen soll er wurde in dem spiel nie so genannt sondern tatsächlich ist das ein name den ich auch in welchen artikeln nutzt gehört habe einfach nur also ich nutze einfach den die bezeichnung den anderen leuchten gegeben haben aber offiziell im spiel habe ich den namen nie gesehen so nehmen wir mal die hier speichern und landen jetzt wieder hier kein problem beziehungsweise ich lade ich glaube ich habe ihn gespeichert ja ich habe hier gespeichert na egal ein bisschen lebensenergie verloren eigentlich hätten wir das nicht gebraucht also nochmal hier port 2 richtig port 2 ist richtig das ist zwar richtig aber das war das falsche timing also laden die 2 ist richtig und dann die 4 jetzt müssen wir gucken wo wir auf der plattform stehen weil die plattform hier sind mehr oder weniger synchron die timings sind wichtig na eben zum beispiel bin ich wieder nicht direkt reingesprungen sondern ich habe gezögert sozusagen ich bin hängen geblieben ich muss direkt reinspringen ansonsten klappt das mit dem timing nicht jetzt können wir wieder laden ich bin irgendwie gerade viel zu doof ich vergiss immer dass ich nach rechts drifte genial noch hier glaube ich gesagt das ist alles synchronisiert und muss gucken wo man steht das ist jetzt tatsächlich also für mich ist dieses timing spielchen extrem schwer ich muss genau im richtigen moment hinein hüpfen ansonsten ist nicht geschafft ich zeige euch jetzt einfach nochmal was passiert wenn ich in die 3 reinspringe die 3 und dann landen wir wieder oh das war eigentlich eine gute idee das zu tun wir landen in einem supply room und kommen wieder zurück sehr fein nächstes hier speichern und zack und zack ah es ist nicht hüpfen es ist einfach nur laufen ich speichere jetzt hier erstmal wir müssen uns ja nur aus dem weg ducken und dann probieren wir mal aus was hinter der hintertür Nummer 6 ist wenn wir wirklich hindurch laufen Tür Nummer 6 hintertür Nummer 6 versteckt sich Aua dann wollen wir mal gucken was hintertür Nummer 5 ist 3 Wissenschaftler Munition nicht schlecht schauen wir mal wo wir rauskommen ah noch ein Lager und oh das ist doch nicht schlecht einiges gekriegt von vorne die 2 nein in der Mitte und ducken so die 4 nein eben war ich zu doof ducken und jetzt sollte man vielleicht hin und mal hingehen 4 die Mitte vielleicht 5 6 und in die 4 da geht es nämlich nach oben so jawohl so und jetzt haben wir die 7 die 8 und die 9 die 9 hat so ein rotes Zeug da sieht man das war keine gute Idee die 7 jedoch anders nicht und da landen wir hier und das ist tatsächlich die Lösung und jetzt gehe ich einfach her weil wir neugierig sind erstelle ein neues Spiel und lade den Schnellspielstand und gucke nochmal was hinter der 8 ist einfach so weil wir es können und gespeichert haben so hinter der 8 ja da können wir den Suit aufladen und wir sehen das nochmal und kommen dann wieder zurück hm nicht so spektakulär gut aber jetzt sind wir hier und hier müssen wir jetzt vor uns zurückspringen und zwar müssen wir zunächst in die Mitte ja das war glorreich zum Glück stirbt man hier schnell ich muss warten bis das unten ist dass ich da drüber kann und dann kann ich in die Mitte und dann können wir uns das Ganze hier mal angucken so jetzt von hier von der Mitte aus sehe ich also hier ist eine eine Tür mit einem Knopf mit einer 2 ein Beobachtungsding da waren wir vorhin drin eine Tür mit der 1 da kommen wir her und jetzt fängt das hier nur vorne an hier auf der Seite haben wir Türen 1 und 2 da könnt ihr euch schon denken was passiert wir müssen die beiden Knöpfe einmal drücken dass diese Türen aufgehen erst dann können wir in die Mitte also speichern wir mal und gehen mal hier zu 2 und drücken mal auf den Knopf speichern wieder weil ich sehe mir passiert das hier sehr oft glücklicherweise hat das jetzt geklappt dann warten wir bis das wieder oben immer so für einmal nochmal im Kreis dass das unten ist und wir wirklich rüber können zu 1 so na bitte einmal speichern und da hat wieder das Springen nicht funktioniert ähm jetzt bin ich noch nicht tot das ist so eine Stelle wo ich finde man sollte einfach instant sterben in der Suppe und nein mit uns jetzt sieht man wir sind hier in einem Bereich speichern mal gucken ob wir hinten herausfinden können was hier ist ah hier scheint es weiter zu gehen ich bin aber neugierig hab hier gespeichert falls da was schlechtes ist ich will wissen wo diese andere Teleport hinführt der hier wieder zum Anfang hm ok zum Teil kam mir gespeichert das wusste ich tatsächlich nicht weil ich das beim vorherigen durchspielen nicht gemacht habe da bin ich einfach weiter gelaufen nachdem ich herausgefunden habe wo es weiter geht hier finden wir nochmal ein etwas Energie hier drüben ist nichts also einmal mit der Leiter nach oben da sind Kisten im Zweifel sind die alle explosiv nein und hier kommt jetzt schon ein wieder eine Zwischensequenz ich mach mal so und bin leise damit ihr das hören könnt hin endlich haben sie uns gefunden da ist er ja endlich wir dachten schon das würde nicht klappen das hier ist das Versorgungsdepot für unser erstes Forschungsteam auf der Grenzwelt wurden damals etliche hübsche Proben eingesammelt und hierher zurückgebracht ähm das heißt bis die Mitglieder des Forschungsteams selbst eingesammelt wurden wir vermuten dass es da drüben ein riesiges Portal gibt das durch die intensive Konzentration eines einzelnen mächtigen Wesens entstand sie werden es sofort erkennen wenn sie es sehen ich sage das größte ist Ungarn Freeman aber sie müssen es ja das wird man von ihm um natürlich sind sie uns nicht schuldig Mr. Freeman aber sie haben es doch schon so weit geschafft sie wissen genauso viel über diese Kreaturen wie wir oder so wichtig ist doch nur dass es nicht mehr viel geben wird was wir Heimat nehmen also wenn wir das Ding nicht wegfuss mein Kollege erwartet Sie an der Hauptsteuerung des Portals er wird die Tore für Sie öffnen Mr. Freeman ich gebe Eilen Sie sich und dann die Ausrüstung ich werde Deckung geben während das Portal warm läuft so die Ausrüstung das hier Mr. Freeman ist ein Modul für weite Sprünge es wurde exklusiv für die Benutzung in der Welt da drüben entwickelt ich kann nur hoffen dass sie für lange Sprünge ausgebildet wurden denn wenn Sie erst einmal in Xen sind dann werden Sie dieses Training bitter nötig haben ich würde Ihnen empfehlen dass Sie diese Fortbewegungsart auf jeden Fall üben bevor Sie hinüber gehen und ja man hat das im Trainingsraum schon gemacht tatsächlich so wenn ich mich nicht erinnere wenn ich mich nicht falsch erinnere ich bin mir ziemlich sicher im Original Half-Life 1 hatte man das nicht im Trainingsraum schon gemacht und hat dieses Sprüngemodul jetzt zum ersten Mal kennengelernt und hatte quasi dann jetzt hier das erste Mal die Chance zu üben das hier noch nicht und ich habe lang gebraucht bis ich das drauf hatte so er hat gesagt hier gib mir Deckung dann dann gib mir mal Deckung wie man hier auch schon sieht volle Aufladung und so jetzt wenn wir da reingehen startet eine Sequenz wo wir einen Wissenschaftler ich erkläre das jetzt mal gleich weil ich dann später wahrscheinlich zu abgelenkt sein werde durch Spielen wo wir einen Wissenschaftler beschützen müssen während er das Portal öffnet und kann vielleicht noch ein bisschen Munition mitnehmen wenn ich jetzt einfach alles einmal nachlade ist geladen ist geladen auch 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 gut das ist ja nicht zu laden und die sammeln sich von alleine ein beziehungsweise die das sind keine von denen man laden muss super so also was ich meinte ist wir müssen ihn beschützen und wenn er drauf geht haben wir das Spiel sofort verloren eben diesen Wissenschaftler hier ich mag es eigentlich hier oben zu stehen weil man dann ziemlich gut hier auch den Wissenschaftler sieht und seine Kabine das Glas geht nämlich kaputt wenn er getroffen wird und so kann man dann sehen wie knapp es gerade wird so ich speichere nochmal hier bevor es eigentlich los geht er sagt also alles klar ja jetzt und wie ihr euch vorstellen könnt versuchen die von der Anderswelt von Xen das zu verhindern das heißt während er das Portal öffnet und mein Spawner Gegner und die hier sie nun zum ersten Mal und was ich im Endeffekt vor allem mache ist sie auf mich zu konzentrieren und werden wir später noch öfter sehen wie geht das denn meinig ah der Wächter ist mitgekommen sehr schön und ich schieße mal gnadenlos daneben der Wächter ist auch in der Karte ich habe das so das ist so schön genau schießt auf mich den großen Typen der hier steht nicht auf den Wissenschaftler der das Portal öffnet und damit ist das Portal offen und ich kann ganz schnell hier hinein sehr schön einiges an Energie verloren aber tatsächlich war das ein Intex-Oper okay welches Wesen auch immer das ist es ist der Telepathien fähig und lange Sprünge brauchen wir direkt hier ein langer Sprung zur Heilung so tja und die Munition sieht es nicht gut aus so okay von hier können wir auf diese Plattform longjumpen und jetzt geht es stetig und langsam nach unten vorausgesetzt wir springen nicht zu tief auf einmal denn dann verlieren wir Lebensenergie ich würde sagen es geht als nächstes auf die und dann auf die Plattform aber erstmal müssen wir da dran vorbeikommen so okay longjump kein Problem longjump können wir ja jetzt wir haben ja das Modul dafür so und wie man sieht ich habe trotzdem Schaden genommen ich habe habe ich eine Plattform übersehen ich glaube nicht ich glaube wir kommen von der hier oder das ist halt das Schwere die Plattform nicht zu übersehen so zack fein das machen wir mal so ich glaube jetzt muss ich tatsächlich hier runter so und dann kann man von hier auf eben diese Plattform oder nebendran fallen nebendran ist auch gut so das war das was ich eigentlich vorhatte das war jetzt klug also unklug natürlich das war auch absolut nicht von mir gewollt ich wollte tatsächlich auf die untere Plattform hüpfen und nicht wieder auf das Dach in diesem pilzartigen ähm Gebäude will ich es mal nennen so ohje ich hoffe dass es nicht runterstößt ich duck mich mal ok das klappt dann nehmen wir mal die hier und wie ihr vielleicht seht lädt sich meine Lebensenergie auf dieses Wasser was dieses komische Geräusch von sich gibt ist tatsächlich heilend und um nicht Munition zu verschwenden mache ich erst mal diese Waffe an so wir haben wieder voller Lebensenergie und ich spechere eben noch mal weil ich nicht weiß ob es schon so weit waren jetzt können wir hier rumlaufen tatsächlich diese diese Lampen hier ja genau das wollte ich gerade erzählen die schießen auf uns wenn wir zu lange ihnen zu nah sind dafür ist hier noch ein Lebensenergie können die also umgehen hier nicht kein Problem hier ist das Heilungswasser wieder und hier ist ein Eingang ich gehe auch davon aus dass wir da hereingemusst hätten reingehettet müssen so schauen wir mal und jetzt kommt hier ein Rätsel ein kleines die Rätseli sind alle nicht sonderlich kompliziert und ich verspreche euch der Storyteil wird in Half-Life 2 auch etwas besser hier haben wir welche Podeste wie gesagt ich habe das ja schon mal gespielt diese Schmitterlinge und tatsächlich muss ich hier die Schmitterlinge freilassen und dann die Podeste öffnen und dann fliegen die Schmitterlinge in die Podeste gehst du auf geh auf und geben ihnen Energie und wenn alle drei Energie haben dann geht das war ein Long Jump dann geht hier drin ein Portal auf dass ich dann hineinhüpfen und so jetzt haben wir es doch hineinhüpfen und weiter sozusagen gehen kann nochmal nachladen da ist das Portal von dem ich geredet habe ich speichere nochmal und gehe dann hinein und jetzt landen wir in Gunarchs Versteck tatsächlich ein Gegner den ich nicht sonderlich mag fühlt sich an wie die Mutter aller Headcrabs dann hier da ist er Gunarch nicht zu verwechseln mit Gunnar Lott von dem Stay Forever Podcast so er hat jetzt Gegner gemacht und da schlägt er uns das war keine gute Auswahl für eine Waffe das auch nicht ja und es ein wenig immer vor ihm weglaufen der haut ordentlich zu ich suche gerade wieder die richtige Waffe kein Problem ich glaube ich lade nochmal das lief eben gerade extrem suboptimal so ich probiere es mal mit der Waffe oder wie es mit der hier eins zwei drei vier sechs ein Nicht-Treffer lediglich jawohl nein doch noch nicht ich probiere das kleine Viech erst mal denn tatsächlich ist es so wie Mini-Headcrabs tatsächlich ist es so mein Ziel war so viel Schaden zu machen dass Gunarch sich abbaut und das tut er jetzt ich gehe davon aus dass es ein eher ist bei dem Namen und die nächste Stufe des Kampfes eingeleitet wird wir müssen jetzt folgen diese Dinger hier sieht man jetzt auch hier nochmal eindrucksvoll die hauen zu die machen Schaden wir fallen hier durch dieses Netz durch unser spinnenartiger Freund aber nicht und jetzt ist es tatsächlich gefährlich wenn er uns haut dann kann er uns im Weiten des Weltalls oder was ist hier für ein das ist befördern nicht gut von daher oder wir machen das selbst indem wir runterfallen wir wollen ihm wieder so viel Schaden machen dass er hier durch dieses Netz an dem wir vorbeigelaufen sind hindurch fällt und wir sind so viel und das war auch dass wir durchfallen mal eigentlich was kann ich ihn hier treffen da immer noch von vielen her ähm ah als wenn sie ewig ließ ohren das ist der vater alle das ist jetzt echt echt blöd ist das hier einfach eine Stelle wo die spawnen oder was das war blöd das ist die falsche Waffe für solche Geschichten ich hab nicht gemerkt dass ich die falsche Waffe hatte der hält wie man sieht verdammt viel aus ich glaube das ist gar nicht vorgesehen dass wir den jetzt so jetzt gerade sind besiegen können deswegen bin ich auch gerade etwas reckless wir machen ihm eindeutig schaden aber so zählt alles scheinbar nicht ich weiß dass man hier an der Stelle nur oft genug kämpfen muss und irgendwann rennt er auch wieder weg ich lade einfach nochmal okay ich würde sagen bevor wir es nochmal versuchen ende ich diese Episode das heißt einmal speichern und dann würde ich sagen wir probieren Gunarch beim nächsten Mal nächste Woche und ich wünsche euch eine schöne Woche und sage Halt genau ich sage Halt denn die nächste Aufnahme der nächsten Folge das wusste ich in dem Moment noch nicht waren etwa sechs Minuten und daher habe ich mich entschlossen die jetzt direkt hinten dran zu hängen mit anderen Worten jetzt gleich kommt die Begrüßung der nächsten Folge sechs Minuten und dann geht es nämlich mit der ursprünglichen Aufnahme weiter weil die restlichen Folgen nicht kaputt waren ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half Life 1 wir sind dabei gegen Gonarich zu kämpfen diesen Kampf habe ich übrigens bei der ersten Aufnahme die nicht richtig aufgenommen hat problemlos überstanden diesmal benötige ich tatsächlich einen zweiten Versuch okay hier ist er und wir dürfen nicht hier in das Fall uns auch nicht verliehen und sein Tierchen ernähren lassen aus den nerven bringen lassen vor allem da wäre ich wieder beinahe das Loch gefallen und da hat er mich erwischt ich bin gespannt was passiert wenn ich hier nein und hier kann er mich hier vielleicht einfach nicht und tatsächlich scheint er mich hier nicht zu hey hallo ich will hier machen also wenn ich die platt mache spawnt er einfach neue und das ist die Stelle auf die ich gewartet habe die letztes Mal nicht eingetroffen ist wie man sieht sie sehr schnell eingetroffen er rennt einfach weiter zum nächsten Abschnitt des Kampfes ich gucke immer noch mal zurück ob hier noch mal Heilung oder sowas war der mir hat doch sehr viel verloren nein er hat tatsächlich die Wand eingerissen dass wir nicht mehr zurück kommen dann wollen wir doch nochmal hier unten schauen wie gesagt ich ging davon aus dass hier ist wenn hier reinfällt hier ist halt noch Zeugs drin deswegen bin ich in neugierig hier mal rein ja tatsächlich ist hier etwas um Lebensenergie nein das ist so ein Pickel mit dem man zurück kommt ok ich dachte das wäre so ein Pool mit blauer Suppe das war jetzt natürlich ungünstig vor allem verlebt man dabei Lebensenergie man tauscht also Lebensenergie gegen ich glaube ich will die hier haben so Lebensenergie gegen Akku Energie um und so und zwar was jetzt passiert ist er hüpft da runter wir fallen ein Stückchen tiefer sind fast dort das ist jetzt die Stelle wo wir töten können anderes Zeugs das Problem an dem hier ist halt tatsächlich dass die immer wieder gespawnen weil er zeigen kann zu viel wie er will und das war ist er weg und seine der ist jetzt einfach vor diese beiden Dinger gerannt und von denen statt gemacht worden das schlimme an denen ist die sind halb transparent und das heißt man sieht sie nicht richtig so müssen wir alle haben so dann spechern wir mal wir sind schließlich fast tot ah hier ist ein Heilungspool sehr schön in den Heilungspool rein das war ein Teleporter nicht gut gar nicht gut ok jetzt muss ich schnell weil hier kommen lotter Gegner und ich weiß genau wo ich hin muss und hier kann ich mich heilen so Entschuldigung aber ansonsten wäre das jetzt eine halb unmögliche Stelle geworden und ich springe also jetzt hier rein um mit euch zu reden aber ich werde das tatsächlich an das Ende der nächsten Folge schneiden der vorherigen Folge schneiden denn ab hier beziehungsweise kurz bevor ich diesen Gang gefunden habe funktioniert die Aufnahme wieder das heißt ich werde jetzt wieder zur Originalaufnahme schneiden wo ich nachdem ich all die Kinder oben versiegt habe versucht habe irgendwie weiterzukommen und nicht kapiert habe was ich machen muss bis ich dann tatsächlich einmal nachgelesen habe die Aufnahme war zu Ende ich habe nachgelesen und habe dann nichts gefunden was mir hilft aber dann durchzufallt diesen Raum gefunden und herausgefunden dass ich hier dass ich hier weiter kann und das im Detail werde ich euch jetzt zeigen alles wundert euch nicht dass a die Werte unten und Munitionsdaten anders sind und b dass ich jetzt also sage ich habe herausgefunden was ich machen muss in der nächsten Folge denn das liegt einfach nur daran dass es jetzt die alte Aufnahme ist von der ich jetzt die ganze Zeit geredet habe so dass ich jetzt das Spiel nicht zu Ende spielen muss sprich jetzt seht ihr wieder den Vergangenheitspanty in der nächsten Folge Ciao Miau